Ja, bap, 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 bap. Und diesmal laufen wir auch willkommen bei Führnüsse mit Dirk und Klaus. Folge 80. 79 würde ich sagen. Ja gut, legen wir uns nicht drauf fest. Dirk, 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 Dirk. Klaus, hier sind 95 Kilo Liebe und Klaus. Einer von uns beiden hat ja Geburtstag. Ach so, jetzt geht das. Jetzt geht das wieder los. Ich habe eine Flasche für dich, die ist hinter dem Sofa, auf das ich zeige, hinter der Lehne. Und hinter der Lehne, hinter der Lehne. Nicht draus trinken dieses Mal, auch wenn es verführerisch ist. Ah, sie ist Glasgefäß? Ja. Oh, ich habe ein Terrarium. Ich möchte als Warnung ausgeben, die ersten paar Tage würde ich sie noch nicht ins Sonnenlicht stellen. Ist das echtes Gras? Moos? Moos, ja. Wo ist das her? Bestellt aus dem Netz. Ach, das ist auch noch gekauftes Moos. Ja, ich habe es nicht in den Wald geschafft in letzter Zeit und ich dachte, ach. Aber ist das alles so abgedingst, dass ich jetzt nichts machen muss? Sollte so funktionieren, ja. Ist das gekaufte Erde oder hast du ein bisschen mit Mikroorganismen aus dem Innenhof? Nein, nein, ich habe einfach die gekaufte Erde, aber ich würde mal aus Erfahrung sagen, die ist nicht desinfiziert. Also da dürften durchaus noch ein paar Mikroorganismen drin sein. Also das Zeug, das Prinzip, erklär mal. Genau, es ist ein ewiges Terrarium für alle Zuschauer, die uns nicht sehen. Also Zuhörer, sagt man auch. Da ist Erde drin, ein bisschen Moos und dann ein paar Pflänzchen. In dem Fall zwei Granatäpfel, eine Chili und eine Kiwi. Das ist die Chili hier unten? Genau, und die ganz kleine ist die Kiwi. Das ist die Kiwi und das sind die Granaten. Genau, wie gesagt, ich hatte sie vorhin mal in der prallen Sonne, da haben die Granatäpfel schon so ein bisschen die Köpfe hängen lassen. Also ich glaube... Ich habe ja keine Sonne bei mir. Ja, genau, aber ich würde sie, also würde es die ersten Tage noch ein bisschen an den schattigen Ort stellen. Aber du siehst es ja, du kannst es ja dann regulieren. Und hast du genug Feuchtigkeit oder wie hast du es gemacht? Wie Detlef römisch empfohlen hat, Erde ein bisschen angefeuchtet, das Moos in Wasser ziehen lassen und dann das nasse Moos draufgelegt. Also das war komplett einmal im Wasser drin? Ja. Weil das ist ja halt, das ist knallgrün. Das könnt ihr ja nicht sehen gerade, aber deswegen habe ich gefragt, ob das wirklich echt ist. Das Lustige ist, ich habe das Moos gestern ja eingeweicht und das Wasser in der Schale, das war dann grün wie Pfeffi. Echt? Hast du erstmal einen Schluck Chlorophyll genommen? Äh, Quatsch, Chloroform. Nein, Chlorophyll. Chlorophyll, ja. Chloroform, ja. Chloroform, ja, da würdest du wahrscheinlich noch da liegen. Genau. Ja, geil. Also, als ich es gesehen habe, dachte ich auch so, das ist echtes Moos, aber das hat unten noch Erde, also das ist einfach abgetrennt und getrocknet und wird dann halt verschickt. Moos schafft auch Sauerstoff. Ich glaube, Moos kümmert sich eher um die Regulierung der Erde. Das heißt, die vier Pflanzen, die drinnen sind, sind für Sauerstoff, also eigentlich sind die, was ist jetzt mal das Größte hier? Die zwei Granatäpfel. Das sind eigentlich die Hauptsauerstoff. Ja, die anderen sollten ja noch ein bisschen wachsen da drin. Also ich meine, Granatäpfel auch. Also, eventuell musst du halt dann irgendwann mal, wenn es zu sehr an die Decke stößt, die pinksieren. Mit so einer kleinen Nagelschere. Pinksieren. Oder pinksieren, ja. Also einfach ein bisschen. Ja. Schneiden. Ja. Ja, geil. Also ich bin ehrlich, was ich auch gespannt bin, weil oft ist ja in Blumenärder oder so was so Mikroorganismen und dann irgendwann feuchtest du dir an und dann krabbelt der Scheiß. Oder was ich auch schon gesehen habe, so eine Mini, weiß ich nicht, Assel oder auch so eine ganz kleinen Würmchen-ähnlichen Dinger. Und das finde ich halt spannend, wenn du sagst, dass das überlebt alles, was da drin ist. Also ich meine, das halte ich ja nichts davon ab, das einmal kurz aufzumachen, einen Regenbohrm reinzusetzen und wieder zuzumachen. Ja, da habe ich ja Schiss, dass das dann irgendwie feierabend ist. Wenn das jetzt zum Beispiel so nach einem Monat ein bisschen verändert, aber immer noch alles toppy ist, dann würde ich da nichts reinschmeißen, weil ich glaube, dann mache ich es kaputt. Ach, wie gesagt, weiß ich nicht. Also so viel Feuchtigkeit kann ja nicht ent... Hast du denn selber auch schon eins gemacht? Nee, noch nicht. Aber ich habe noch genug Moos übrig. Wie alt ist das schon? Also wie lange ist das geschlossen? Seit gestern. Okay, also keine 24 Stunden? Genau. Okay. Genau. Wie gesagt, ich hatte es in der Sonne drin, dann sah die Granate schon so ein bisschen mitleidend aus. Dann habe ich es kurz rausgenommen und jetzt geht es wieder. Ich glaube, deswegen glaube ich, die müssen halt erstmal ein bisschen neu bewurzeln, alle. Also hast du sie auch mit der Erde da reingesetzt oder hast du sie komplett quasi von der alten Erde befreit und jetzt irgendwie neu... Ja. Achso, okay. Das heißt, das ist alles ziemlich fresh für die. Ja, genau. Aber da gibt es doch bestimmt ein paar Pflanzen, die so besonders bevorzugt sind, was da... Oder... Ich bin echt gespannt, weil da sind vielleicht auch noch andere Sachen drin, die noch gar nicht... Außer es ist natürlich total arschteure Blumenerde, die voll gesiebt ist und das, was ich jetzt sehe, ist... Ja, also das würde ich... Also dass andere Pflanzen drin sind, das glaube ich nicht bei der Blumenerde, aber irgendwelche Mikroorganisationen... Schöne Esche oder sowas. Oh, ja. Ja, vielen Dank. Ja, gerne, gerne. Das nennt sich doch ganz normales Terrarium oder ewiges Terrarium. Ewiges Terrarium, ja. Also wie gesagt, auch für mich der erste Versuch. Du kannst ja dann sehen, wenn es zu feucht ist, musst du es mal aufmachen und kurz durchlüften. Wie mein Schlüpper. Sollte es zu trocken sein. Genau. Einfach ein bisschen Wasser reingießen. Genau, ich dachte, eine Flasche, die du nicht austrinken kannst. Ja, ich habe hier auch dann zum Zelebrieren zwei warme, plattgedrückte Brutinriegel. Die er gerade aus seiner Hose, nicht Hosentasche gezogen hat. Soll ich einfach eins oder möchtest du eine Sorte wählen? Schmeiß einen rüber. Ich weiß nicht, ob du das, ja. Ich musste versuchen, den überkreuzt zu fangen, weil ich, ach so, weil du gezerrt bist. Ach so. Ja. Ach. Ich wollte nicht. Schau mal einer an. Ich bin, war halt auch auf dem Rad. Da dachte ich auch, hoffentlich keine plötzliche Bewegung nach links. Hoffentlich kein Unfall heute. Ja, dank dir. Was habe ich hier? Vanille Stracciatella. Also quasi auch dein Duschgel. Einmal Mortadella, bitte. Ja, auch, also wirklich schön kann ich auch sagen, der Radweg auf der Danziger Straße, ich will Ihnen nur zu empfehlen, der führt ein Stück über die Straße, obwohl der Gehweg da durchgehend sechs Meter breit ist. Da könnte der Radweg auch locker auf dem Gehweg oder neben dem Gehweg verlaufen. Und dann irgendwann hört der Radweg mal auf, mitten auf der Danziger B96, teilt man sich den ein bisschen mit den Rechtsabbiegern, dann fängt er wieder an für zehn Meter, hört er wieder auf. Soll das sein. Gute Verkehrsplanung. Was nützt du eigentlich so alles an Subs? Ja, Timo hat mich letztens gefragt und ich meinte, nee, alle drei Tage vielleicht mein Shake, was jetzt auch nicht ganz stimmt, also weil ich so selten eigentlich das trinke. Aber jetzt gibt es ja gerade diesen Riegelwahn bei uns und das vergesse ich immer wieder auf Subs. Imperius. Ja. Echt eklig, wahr? Echt, ich fand den Riegel gar nicht so schlecht, den Keks. Iron Max. Meinst du, was gibt's ja immer? Ja, ab und an war so ein Eiweißriegel und regelmäßig Kreatin. Ja, und wie kriegst du diesen Sand rein? Schnell. Also nicht schön, sondern einfach nur schnell. Ja, ich meine, das ist halt wie, wir haben gerade über Aspirin-Komplex geredet, es löst sich nicht auf im Wasser, du rührst es durch und dann kippst es dir ins Gesicht, bevor du darüber nachdenken kannst, was du da nicht reinstehst. Aber alles entwickelt sich doch, also ich hab zum Beispiel mit meinem, also das Eiweiß, was ich jetzt so erzähle, ist halt so geil, dass du wirklich komplett auflösen kannst und nicht wie früher, als wir uns diese Spachtelmasse reingedrückt haben und es gibt auch kein Kreatin, was so weg, also es gibt auch so voll... Ich weiß ja nicht, wie es chemisch ist, also wenn Kreatin hydrophob ist, ist Kreatin hydrophob, also dann kannst du halt nichts ändern, dass es kein Wasser bindet. Hydropob bedeutet nicht löslich, oder was? Genau, nicht Wasserlös, wie Fett. Du kannst ja Fett auch nicht in Wasser auflösen. Nee. Also. Man kann aber schön so eine Flasche Ketchup in Butter auflösen. Hat er da ein oder andere? Bordrauberfrühstück nennt man das. Krokoopterix hat das, glaube ich, früher, der hat es ja gar nicht aufgelöst, der hat sich das, er hat gesagt, kennt ihr das auch, wenn ihr nach Hause kommt, hacke und dann ein schönes Stück Butter und da Ketchup drauf. Nee, das kenne ich leider nicht. Da freuen sich die Kardiologen. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der in Schottland irgendwie so einen frittierten Snickersriegel ist und denkt, pfff, ja. Und? Also ist es jetzt nicht krass? Dortmund hat es ja auch bei sich zu Hause versucht mit den frittierten Riegeln. Ah stimmt, ihr habt ja diesen. Ja, das ist eine absolute Katastrophe geändert. Also die Riegel frittiert, hm. Nee, gar nicht wahr. Das war Snickers-Eis. Man muss ja auch schnell machen. Ja, hat nicht geklappt. Surprise. Da hast du so eine eklige Blubbermasse gehabt, wo du alles reingehängt hast. Es sah ein bisschen aus wie eine frittierte Kackwurst auf dem Teller. Nein, es geht darum, wie es schmeckt. Ja, wow. Joko und Klaas haben die auch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es noch MTV-Zeiten war, ich glaube, da haben sie auf Media Spree in so einen kleinen Camper gesetzt und haben dann halt in dem Camper halt alles frittiert nach so einer komischen Drehtafel. Ja. Und auch so einen großen Gummibär. Auch halt immer einen Bierteig dargelegt und so. Und das war richtig eklig und irgendwelche Fischsachen und dann Süßigkeiten und Aspirin und so. Nicht so meins alles frittieren. Also okay, das heißt, du nimmst Eiweißriegel und du nimmst jeden Tag deinen Sand. Nee, Kreatin nehme ich immer nur direkt nach dem Sport. Danach? Ja. Aber ich dachte, das wäre so ein Peak-Ding. Du kannst es davor und danach nehmen. Also steht auf der Packung, ich weiß nicht. Ja, also wenn ich... Nicht so wie die A's, die man davor und während des nehmen soll. Genau. Also Kreatin ist ja eher für die Regeneration zuständig, so wie ich das verstanden habe. Dass die Muskeln sich schneller regenerieren. Und wenn ich keinen Sport treibe an einem beliebigen Tag, nehme ich auch kein Kreatin. Jetzt habe ich erst mal Pause. Irgendeine geilen Zerrung. Das heißt, du warst heute nicht klettern? An klettern ist nicht zu denken. Also... Ja, aber du kannst ja deine Beine bewegen. Nee, kann ich nicht. Ich kann die Beine nicht heben, wenn ich irgendwo hänge. Nein, nein, nein. Ich meine Laufen. Achso, ja. Ja, Laufen würde ich morgen mal probieren. Also heute war ich Radfahren. Morgen Laufen. Bauchmuskelzerrung für alle Ärzte, die uns zuhören. Ja. Ja. Ja, ich habe ja geilerweise... Es war fast parallel. Wann hast du dir den zugezogen? Am Montag oder Dienstag? Gestern früh. Gestern Mittwoch. Gestern Mittwoch? Mittwoch schon, ja. Aber hast du nicht an der Hand irgendwas getan am Dienstag? Bist du doch beim Fußballspielen gegen den Zaun gelandet? Achso, ja. Ja, das war... Das ist harmlos. Also das war einfach nur kurz mal ein Schlag drauf. Okay. Harmlos im Vergleich zu meinem Bullshit jetzt, wo ich... Wenn ich niese... Oh, nein. Oh, Gott. Also jetzt mal, wenn du merkst, das Niesen kündigt sich an und du denkst so, oh, nee. Es muss ja jetzt irgendwie raus, aber... Ich habe heute zum Frühstück eine Folge, wieder eine Folge Dawson's Creek auf One geschaut. I don't wanna wait for all I have to do. I don't want to wait for all I have to do. Alter, das war witzar. Wie heißt nochmal der schwule Quarterback? Du kennst die doch alle. Der hat auf jeden Fall eine übelste Prellung und sonst was. Und da war halt die Blonde, von der ich auch weiß, wie sie heißt. Ich kenne immer nur Joey und Dawson. Die Frau von Heath Ledger und Jen. Die Blonde heißt Jen. Und die haben halt seinen Brustkorb halt, beziehungsweise unterhalb des... Naja, doch. Also unterhalb der Brustmuskulatur fingen die halt an zu tapen, beziehungsweise zu wickeln. Und ich sage, was denn? Wenn du da eine Prellung hast, wenn du da halt irgendwie, weiß nicht, angeknackst, da kannst du ja nichts machen. Warum sollst du denn da was wickeln? Also ich meine, höchstens, wenn du eine richtige Schwellung hast, versuchst du durch Kompression das Ganze so irgendwie... Verstehe ich auch nicht. Also ich meine, klassisch wäre ja beim Sport, aber es ist wahrscheinlich nicht jugendgerecht genug, das fit zu spritzen. Ja, obwohl, Amerika. Ja, aber ich meine, das ist ja die klassische Lösung. Also du gibst den Leuten Schmerzmittel und dann hält es 90 Minuten beschwerdefrei und danach kollabiert es wieder. Ja, also ich, das Einzige, was ich derzeit nehme, ist Voltaren. Also das Gel, nicht die Tabletten. Obwohl das Gel ja auch schon krass sein soll. Aber ich habe irgendwann gehört, dass es diese Tabletten, die waren ja noch in den 90ern apothekenpflichtig. Sind die nicht mehr? Nee, also ich habe jedenfalls gehört irgendwann, also ich habe die ja nie genommen, aber ich habe irgendwann gehört, beim Podcast, da war dann hier, wie heißt sie denn, Müller, Anja Müller, Nadja, Ina Müller. Die war doch gebürtig, die ist mal gelernte Apothekenfachkraft, bla bla bla. Und die hat gesagt, das war damals schon irgendwie bekannt als so eine Hardcore-Droge, also im deutschen Raum. Ja. Und dann hat sie voll an den Kopf gepackt, als das dann halt irgendwie Drogerie oder Apotheken tauglich war, ohne Rezept. Echt? Oder online erhält. Also ich habe die einmal genommen und ja. Du weißt, wie es ist, okay. Ja, du denkst, du fliegst. Also die sind. Also das richtige Pull ist so ein Jackson-Drogen-Style. Ja, du bist noch zwei Minuten der Schmerzfahrt. Also da hatte ich mir was in den Rippen gezerrt. Aber du bist nicht nur schmerzbar, du bist richtig gut drauf. Nee, du bist halt so ein bisschen, du gelikedest halt so ein bisschen durch den Tag. Also für die Stimmung hat es nichts getan, aber ich dachte, also ich hatte mir was gezerrt und konnte nicht atmen, nicht richtig. Ja. Nicht so ideal, dann habe ich halt die Tabletten verschrieben bekommen, eingenommen. Minuten dachte ich, okay, war wohl doch nicht so schlimm, die Verletzung. Bis die Wirkung nachgelassen hat. Also ich sag mal, ich gehe jetzt mal laut und bricht auf der Treppe zusammen. Also das geht fix mit Voltaren-Tabletten, ja. Das kann ich bestätigen. Was sagst du zu Voltaren Red Bull Energy mit Wodka? Uh, das ist natürlich ein gewagter Mix, aber das Pulver ist ein bisschen wie mit Kreatin, das gut stößeln. Und dann so rühren und sofort sich klein kippen. Das klingt auch nach einem guten Cocktail. Wobei Voltaren ja klassisch eher mit Gin geht. Ja. Okay, uh, hast du das mitgekriegt in Kentucky, die, was waren das, 23.000 oder 32.000 Whisky-Fässer, die Feuer fangen? Naja, Gin Beam. Nee, ist halt Whisky, ne? Ja. Durch den Blitzeinschlag. Ja, genau. Und dann habe ich, ich habe mich auch gefragt, ob die halt dann noch Fassstärke quasi haben, dass das halt alles brennen könnte. Weil Whisky, also Jimmy, der brennt ja nicht mit seinen runtergedrosselten 40 oder was ist es. Na gut, aber das Holz brennt. Ja, aber wenn dann halt irgendwie mal so ein Fass aufbricht, dann wäre es doch eher löschend unterwegs. Oder ist es heiß genug, dass es brennt? Das weiß ich auch nicht. Also Sambuca brennt ja auch bei 40. Beziehungsweise wenn es eine Halle mit Holzgebälk ist, wie ich es mir in den USA gut vorstellen kann. Ja, es sind ja immer diese Armespauten irgendwie. Also ich habe es nur in der Überschrift gelesen, deswegen weiß ich nicht. Hast du, ich habe eine Frage, muss man jetzt inzwischen eigentlich noch für EU-Spitzenämter qualifiziert sein oder geht das ganz von der Leyen? Für Europa reicht es. Ja, soll ich mal zur Frage kommen? Ja. Die wird dir bestimmt Spaß machen. Ich habe irgendwie ein kleines Szenario. Also Klaus und Dirk sind das erste Mal gemeinsam für einen Werbedreh in Prag unterwegs. Beziehungsweise sind gerade frisch angekommen. Ist es wichtig, dass wir in Prag sind? Naja, vielleicht. Doch, vielleicht. Halten wir es mal so fest. Also irgendwas, wo wir uns nicht so gut oder ich auf jeden Fall mich nicht so gut auskennen. Ich dachte, du vielleicht auch nicht. Prag geht tatsächlich noch, aber ja. Und es ist vielleicht nicht ganz unsere Sprache, obwohl die ja schon sehr international ist. Ja, wir sind halt in Prag. Es ist am Tag, es ist sagen wir mal so 13 Uhr. Wir kommen gerade im Hotel an. Ja. Bekommen halt natürlich ein gemeinsames Zimmer mit Doppelbett. Also getrennt. Also nicht, also... Haben wir zwei Betten oder haben wir jetzt ein Doppelbett in diesem Szenario? Ist das so eine Nummer, wo wir im Hotel ankommen? Dann heißt es, oh, Entschuldigung, ist es nur noch die Hochzeitssuite frei? Mr. und Mrs. Bourbon? Nein, also wir haben jetzt, und dann kriegen wir unsere Kärtchen, dann sind wir auf dem Zimmer. Und das ist halt dann ein schön großes Zimmer. Wir sagen, oh schön, jetzt geht's los. Wir fassen erst mal alles an, weil alles toll ist. Oh, guck mal, hier ist das toll, die Decke, bla. Klassisches Szenario. Erst mal alles anfassen in dem Zimmer. Ah, ein Tisch, Fernseher, Mikrofon. Da ist so ein komisches Sideboard, da ist ein Spiegel drauf. Und rechts und links sind zwei Statuen drauf. Das ist alles symmetrisch, bloß die eine Statue ist so leicht weggedreht. Dass du denkst so, oh, das beißt in meinem Hirn, weil optisch ist das doch scheiße. Du gehst halt hin, fasst die Statue an und drehst sie wieder gerade. Und die Statue bekommt eine Erektion. Nee, du drehst sie wieder gerade. Beim Gerade drehen siehst du, dass der Sockel, der zur Wand gezeigt hat, den du nicht gesehen hast, blutverschmiert ist. Und dann merkst du auch, dummerweise hast du Blut am Finger. Zu derselben Zeit renne ich ins Badezimmer und stoße ein Doris Day-Schrei aus. Du kommst, was ist denn los? Eine Leiche in der Badewanne. Jetzt meine Frage, wie lassen Dirk und Klaus diese Leiche verschwinden? Wieso lassen diese... Also erstmal finde ich beeindruckend, dass unser Doppelzimmer eine Badewanne hat und keine Dusche. Ja, ne? Naja, es ist vielleicht diese ausgebuchte Honeymoon-Suite. Ja, ja, ja. Und wir stehen halt da. Und ich sehe halt bei dir schon, oh fuck, du hast irgendwie verletzt, Blut am Finger. Du siehst mich und denkst, oh fuck, ey, Trottler hat Klinke und alles angefasst. Ich habe das ja schon mal gemacht. Wie du hast es schon mal gemacht? Äh, ich meine... Also zuerst bestellen wir uns ein Steak. Ja, aufs Zimmer hoffentlich. Aufs Zimmer, ja. Die blutigen Finger sind, weil ich habe so eine Hämorrhoid und zwar so juckig. Die waschen wir uns halt. Wir bestellen uns zwei Steaks aufs Zimmer mit einem scharfen Messer. Also wie lange liegt die Leiche, ist die Leiche schon dekompostiert oder können wir die noch als unsere betrunkene Freundin Carol durchgehen lassen? Also sie ist auf jeden Fall noch frisch, relativ frisch. Sie ist nicht warm, aber sie hat auf jeden Fall die Leichenstarre schon angenommen. Deswegen Bewegung, Gelenke ist ein bisschen schwierig. Rigor mortis. Ich möchte mal fürs Protokoll sagen, normalerweise würde ich die Leiche nicht verschwinden lassen, weil das ist jetzt die Frage. Deswegen bleiben wir jetzt bei diesem Szenario. Die Aufgabe, ja. Naja, ich meine einfach nur, weil wir mal sagen, wir wissen jetzt nicht genau, wie die Gesetzeslage ist. Ja, wir müssen jetzt auch... Wir haben ja auch einen Dreh am nächsten Tag. So, und wir haben halt auf jeden Fall Fingerabdrücke hinterlassen. Das sieht alles sehr erklärungsschwierig für uns aus. Wenn dann jemand sagt, äh, Senorita, why is this that... Ich meine, die Leiche ist angezogen. Was? Die Leiche ist angezogen? Genau. Er hat einen Anzug an. Weiß nicht, ob dich das besonders... Ist ein Er oder eine Sie? Ist ein Er. Okay, ist ein Er. Also er ist auch nicht leicht. Ja, okay. Also jetzt nicht von wegen, einfach mal in die Achsel gegriffen und hoch mit den Jungen. Ja, okay, gut. Sondern wir brauchen schon... Zum Bewegen brauchen wir uns beide. Ja. Ist jetzt nicht, dass du ein Feuer entfachst und ich nehme den und trage den raus oder so. Ist jetzt keine Elfe oder so. Ist ein bisschen schwerer Kollege. Ist ein Anzug, aber Gewicht von so einem klassischen Fernfahrer. Ja, ja, ja. Wir brauchen das Laken, um die Leiche abzudecken. Du musst sie abdecken, weil du erstmal kacken musst und bist nervös, wenn du ihn siehst oder was? Wir wickeln die Leiche in einen Laken. Das heißt, wir heben den erstmal... Also wollen wir dich erstmal einen Plan machen? Du würdest einfach erstmal sagen, Dirk, wir wickeln den ein und dann... Wo ist die Müllkippe oder was? Lass dir erstmal überlegen. Wie heißt denn der Fluss, der durch Prag fließt? Puh, stimmt. Stimmt. Wie heißt denn der Fluss? Also ich weiß, das bringt Glück, Leichen von der Engelsbrücke zu werfen. Ist das die Brücke, wo die Leichen... Brücke, die durch Prag verläuft mit den Engelsstatuen? Ah, okay. So wie die Vorhängeschlösser in Paris wirft man Prag-Leichen von der Brücke. Ja. Ist das die Moldau? Möglich. Ja. Aber ist ja auch egal, oder? Eigentlich ja. Ja, also ich würde irgendwie versuchen, erstmal so eine Art Plan zu... Okay. Also es ist einmal die Elbe und einmal die Moldau. Ich weiß aber nicht, welche dicker und welche näher ist an unserem Hotel. Ich habe jetzt auch kein wirkliches Hotel im Kopf, also jetzt kein... Das ist da und da. Also wenn wir in der Innenstadt... Ist auf jeden Fall, falls das wichtig ist, ein Vier-Sterne-Hotel. Also mit Möglichkeiten, Anfragen, besonderen... Ja. Ja, also wenn wir ein bisschen in der Innenstadt von Prag sind, sind wir auf jeden Fall ein gutes Stück vom Wasser entfernt. Also ich war auch schon mal in Prag und da war ich ziemlich dicht am Wasser. Ich weiß nicht, ob es in der Innenstadt... Also es war auf jeden Fall da, wo diese ganzen... Okay, Prag ist die goldene Stadt, da sind tausend irgendwelche Kirchen und so weiter. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall 10, 15 Minuten laufen mindestens. Also du wirst auf jeden Fall... Also Wasser ist so dein Ziel? Nein, nein, das ist ja nur der Plan. Also wir gehen jetzt mal die Optionen durch, die wir haben. Ja, deine erste Option wäre einwickeln, ohne zu überlegen. Meine erste Option war zerschneiben. Also könntest du eine Leiche zerschneiden? Nicht, auch nicht mit einem guten Steakmesser. Also da hätte ich echt... Und was ist das für eine Supperei, was dann rauskommt? Eine Leiche ist ja nicht wie ein Käse, das sagt, das bleibt drinnen. Also erst mal hängen wir das bitte-nicht-stören-Schild außen an die Tür. Guter Plan. So, dann haben wir uns schon mal ein paar Stunden gekauft. Ja, dann gehen wir... Also es ist Tag. Ich habe gedacht, das ist schwieriger, weil nachts, dann könntest du halt irgendwas machen. Und dann sagen, oh Gott, wer ist die Leiche, die im Innenhof gerade liegt oder so, weil wir sie rausgeschützt haben. Ja, die Sache ist, ich habe gedacht, vielleicht... Es gibt ja immer diese Reinigungsservice-Leute, die immer in verschiedenen Ebenen eigentlich über den Tag verteilt permanente Zimmer machen. Die haben ja gerne mal diese großen Wagen, wo die ganzen Klamotten reinkommen. So ein Wäschereiwagen. Ja, die Sache ist, könnten wir irgendwie davon, musst du auch irgendwie die Person überzeugen, dass es cool wäre, jetzt einfach nach Hause zu gehen, die nächsten 27 Zimmer nicht zu machen und uns den Wagen zu übergeben. Ja. Am nächsten Tag mit Blutspuren... Naja, ich würde alles mit Wagen, glaube ich, vernichten. Ah. Obwohl, dann würde es wieder auf Hotel zurückführen, falls irgendwas... Können wir auch das ganze Hotel in Brand setzen. Ja. Man sagt ja, irgendwie die ersten 48 Stunden eines Verbrechens, besonders Mordfall, sind die wichtigsten in Ermittlungsarbeiten. Das heißt, die ersten 48 Stunden, da sind egal wer, heiße Hunde hinter uns her. Ja. Ja. Könnten wir vielleicht irgendwie mit dem Fahrer, der uns nächsten Tag abholt... Wir haben ja noch so einen schlafenden Freund. Beziehungsweise, warum hängen wir irgendwie nicht einen Plan zurecht und warten bis zur Nacht? Also ich meine, gibt es irgendwie die Not? Ja, das würde ich ja sagen, ja. Wir warten erstmal bis zur Nacht. Und den würde ich dann halt, also ich würde auch sagen, was haben wir? Wir haben halt mit Sicherheit irgendwie an die, mit Überdeck und sonst was, ich würde sagen so vier große, fette Laken, die man nutzen kann. Ja. Das heißt, wir würden erstmal, ich würde auch alles im Badezimmer lassen, weil da halt Fliesen sind und der Rest des Hotelzimmers ist mit Sicherheit Teppichscheiße und da halt einmal auf so einen weißen Kunstscheiß, da kriegen wir die wieder raus. Und das können wir auch nicht erklären. Wie? Also alles andere können wir ja erzählen. Ja, weil Oddballplan, nicht unten durch die Rezeption, sondern wir fahren hoch aufs Dach und stoßen ihn vom Dach. Okay. Das heißt... Wir lassen es wie ein Selbstmord aussehen. Das heißt, wir wickeln ihn in vier Decken und wickeln ihn am Dach wieder aus. Ich weiß gar nicht, ob es dafür nötig ist. Blutet er denn noch stark oder ist das Blut schon so geronnen, dass wir ihn transportieren können? Er hat halt eine... Genau, das hast du ja gar nicht gefragt. Er hat eine einzige... Ja, von der Statue. Ja, genau. Und die ist halt klassisch am Kopf und der ist halt ordentlich eingesuppt. Okay, gut. Die Wunde selber schon geronnen, aber der hat halt schon so... Aber er trägt ja Kleidung. Ja. Also ziehen wir ihm... Hat er den Anzug an? Ja. Okay, wir ziehen ihm das Jackett aus. Verdammt, die ganze Leiche macht mich nervös. Ich habe nicht mehr alle Fakten. Und das ist auch blutgetränkt. Ja, ja, ja. Und nicht trocken. Es ist immer noch nass? Nein, ich meine, aber das ist so eine Menge Blut, dass das jetzt nicht binnen von, weiß ich nicht, fünf Stunden komplett durchgeronnen ist. Das heißt, die haben wie so eine Hautschicht auf so einer übergekochten Milch, die ist halt geronnen. Aber sobald wir ihn bewegen, knackt das an und dann haben wir da drunter locker noch fünf Zentimeter Blutsuppe in der Badewanne. Und somit halt ist die ganze Leiche halt auch nochmal drin. Ja, okay, gut, dann wickeln wir ihn doch ein und lassen die Laken irgendwie anders verschwinden. Das heißt, erst mal aus der Wanne raus. Ja. Das heißt, ich gehe ihn irgendwie an die Achseln und du an die Füße. Mhm. Und um keinen Lärm zu machen. Erst mal müssen wir uns nackt ausziehen, damit kein Blut an unsere Klamotten kommt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir können uns ein Handtuch umlegen. Und das ist nicht blutverschmiert oder was? Was? Das Handtuch lassen wir mit den Laken verschwinden, aber wie ich uns kenne, haben wir nur ein paar Klamotten mit. Naja, weil der Dreh ein normaler Werbedreh ist. Das heißt, ein Tag, zwei. Ja, genau. Ich habe vielleicht noch einen weiteren Schlüpper dabei. Und wir haben eh am Tag Kostüme an. Und dann muss ich jetzt noch Wechselklamotten. Ja, eben. Deswegen sage ich ja so. Scheiße. Ich habe schon Panik, wenn ich vorstelle, eine Leiche anzufassen. Ja. In die Achsen zu greifen und einen Typen, der vermutlich 110 Kilo wiegt oder 120, halt irgendwie anzuheben. Und dann ist der ja wahrscheinlich auch nicht geil zu greifen. Der ist halt wie ein glitschiger Sack. Und dann wieder aufkommt. Und am schönsten wäre, wenn der ruhig aufkommt und nicht eben Puff. Ja, aber ich würde Puff. Wird wahrscheinlich passieren. Also wir legen vorher schon im Badezimmer die Planer. Da dürfen wir natürlich auch nicht drauf treten. Duschvorhang? Haben wir einen Duschvorhang? Ja. Ja, okay. Dann legen wir erstmal den Duschvorhang runter. Wie, den reißen wir ab oder was? Ja, natürlich reißen wir den ab. Und dann erklären von wegen, der war vorher nicht drin. Wir haben keine Laken mehr. Meinst du, das fällt dann auf, dass wir den Duschvorhang eingesteckt haben? Okay, also wir legen erst den Duschvorhang auf dem Boden. Dann heben wir den Kollegen da rüber. Dann kotze ich das erste Mal, weinend. Ich ohrfeige dich wieder zur Raison. Es gibt wieder ein dockeres Day-Schrei von mir. Und alles ist gut. Und du rauchst erstmal eine. Wie man es so macht. Oh Gott. Als erstes trinken wir einen Whisky aus der Minibar. Ja, ich glaube wir trinken. Bevor ihr irgendwas passiert, ja. Und das Krasse ist, glaube ich, wir haben das Gefühl, der wirkt gar nicht. Man merkt so ein bisschen so einen Brand. Aber es macht nichts. Und ich habe die Idee, mehr zu trinken. Und du sagst nein. Weil irgendwann schießt dann die Wirkung durch. Und dann sind wir besoffen mit einem halb eingewickelten Leiche. Wir komplett blutverschmiert, nackt. Und dann kommt der Fahrer, weil er uns schon einfach tierisch sucht. Und wir die Zeit vergessen haben. Und wir, Alter, das ist echt anders, als du denkst. Am nächsten Tag am Set heißt es dann, habt ihr den Regisseur gesehen? Gut. Sehr gut. Und ich fange mir dann zu weinen und kotze. Und du schlägst mir das Gesicht. Nein. Nein, Entschuldigung. Hast du gerade dein Kostüm vollgebrochen? Äh? Äh. So, und jetzt machen wir die Aufnahme für den Joghurt-Spot. Sag, mh, Papa. Okay, also wir haben es bis jetzt so geschafft, die Leiche irgendwie rauszuhieven. Ja, und sie liegt in einem Duschvorhang. Ja, aber jetzt könnten wir sagen, okay, erstmal für die Psyche vielleicht besser. Decke drüber. Ja, genau. Also im Duschvorhang einwickeln und dann Decke drüber. Duschvorhang einwickeln. Ja, natürlich. Also in so einem durchsichtigen, leicht milchigen, das ist so ein gematschtes Gesicht. Ach, dann mache ich das, während du dich übergibst. Oh Gott, als ob du das hinkriegst auf Anhieb. Ich ziehe auf jeden Fall schon mal die Kordeln von den Vorhängen raus. Ja. Ob das was gut ist? Ach, die Vorhänge nehmen wir. Bestimmt können wir auch nehmen. Nicht die Laken. Ich meine, ich dachte Kordeln irgendwie und zum Einwickeln. Ach so. Schon das erste Mal. Ja. Dass man nicht anfängt, so sieben Schichten ungewickelt, sondern sagt, wir wickeln jeder ein. Und dann rollt so ein Kopf aus dem Paket raus, was wir da raustragen. Dass, falls irgendwas sich öffnet, nicht sofort, oh, da ist ein Finger oder so. Okay, das heißt, man schnürt es wahrscheinlich an Hals, Brust, Hüfte, Kniegelenk, Füße. Ja. Würde ich wickeln. Oh Gott, das will ich, ey. Jetzt kommt das Laken. Also ich würde mal sagen, es ist eine, weil der halt nicht nass ist und nur im Blutlaken haben wir so eine kleine Blutsuppe schon jetzt so. Also wir müssen wahrscheinlich echt uns gegenseitig mal kontrollieren, wenn jemand rausgeht, was holt, Füße waschen, sofern wir irgendwie sehen, dass es also, weil wir, oder wir wären so klug und haben schon alles ins Bad genommen vorher. Das wäre geil, dass wir vorher den Plan gehabt haben. Wir wickeln uns den Typen ein. Wir haben die vier Laken und Kordeln alles im Bad. Ja, 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 wir holen, wir holen die Sachen, bevor wir da die Leiche aus der Badewanne bewegen. Okay. Ja. Wir wickeln den Typen komplett ein. Mhm. Der ist jetzt. Der ist jetzt so ein geschnürter Teppich. Weiß. Ja. Äh, wir. Größtenteils mit so leicht rosa. Siebt schon durch. Würde ich sagen. Ein bisschen. Oder wir hatten auch Blut irgendwo in den Händen und haben es, also, ganz unauffällig können wir es nicht tragen. Wir müssen ungesehen bleiben. Ich würde ja vorschlagen, bevor wir losgehen, machen wir das Badezimmer und uns komplett sauber. Also, ich würde sagen, bevor, also, dass wir rausgehen und nicht... Einmal schön in die Badewanne, wo eben die Leiche lag. Und wir haben nicht mal einen Duschvorhang. Ja, das ist ja nicht so schlimm. Also, okay. Also, wir gehen, aber wir gehen, wir helfen uns jetzt. Jetzt, ich frage mich auch, die geronnenen Stückchen. Das ist ja ganz viel Geronnenes. Wie kriegen wir das durch diesen kleinen Abfluss durch? Beziehungsweise, es gibt ja, die Länder ist ja unterschiedlich. Manche haben ja halt einfach dieses, nur so einen komischen Pümpel drauf, den ziehst du raus und dann hast du ein richtig schönes Loch. So ein bisschen wie ein Psycho in der Dusche. Ja. Oder du hast halt, wie bei uns, immer noch so ein Sieb. Ja, aber das ist doch oben verschraubt, auch im Hotel, oder? Ja, und du hast einen Leatherman dabei, oder was? Nee, aber... Oder orderst einen. Meinst du nicht, wir kriegen das mit einem Cent-Stück hin? Okay. Meinst du, das ist so festgeschraubt? Also, du gehst davon aus, dass da so ein Flusensieb drin ist und da ist ein Kreuzschlitz und wir kriegen das mit einem Cent-Stück auf. Alles sehr gut. Also, entweder das oder halt wirklich nur dieses Ding zum Reinsetzen der Pümpel. Ja, aber da ist es ja meist gerne, dass in der Mitte so ein ganz grobes Kreuz ist und so ein Stift, so ein Loch, wo dann das Ding drin steht. Das ist ja nicht einfach nur ein offenes Loch und der Pümpel drauf. Dann wäre das andere leichter. Sagen wir mal, es kommt uns ins Gegen und wir haben halt dieses Flusensieb mit einem Kreuzschlitz, Cent aufgedingst und der eine putzt die ganzen Flecken weg und der andere darf schön die geronnenen Stückchen ins Loch drücken. Ja, mit einem Handtuch, mit einem Handtuch. Wie mit dem Handtuch. Ja, das lassen wir mit den Laken gemeinsam verschwinden. Ja, aber das Typ ist jetzt... Das ist, wenn wir da raus sind, gibt es weder Handtücher noch Laken noch Vorhänge. Aber der Typ ist jetzt fertig geschürt und jetzt fangen wir an, Handtücher blutig zu machen. Ja, die können wir doch, die verbrennen wir dann nachher halt irgendwo. Wie denn? In der Mülltonne bei uns im Zimmer. Ja, und da geht der Alarm nicht los? Kollege. Dann bringen wir, wir bringen den Mülleimer mit aufs Dach. Wir müssen den Mülleimer doch gar nicht mitnehmen. Wir können vielleicht die Handtücher unter unserer Kleidung legen. Ach, dann haben wir schon wieder Blut an den Kleidungsstücken dran. Ich würde wirklich in den Mülleimer, wir nehmen die aufs Dach und zünden die Scheiße an. Vielleicht sind wir auch so klug gewesen und entweder öffnen wir nochmal das Paket und legen quasi in die letzte große Lakenschicht nochmal die blutigen Handtücher mit rein. Ja. Die jetzt nur blutig sind, die siffen. Ja, ja, ja. Und dann wickeln wir das nochmal ein. Diese rosa Durchschirma, dass man sagt, es ist nur ein Paket, nichts weiter. Wir haben halt, ich würde sagen, langsam wird es dunkel. Wenn wir halt irgendwie alles, also sagen wir mal, wenn wir um 13 Uhr die Leiche gefunden haben. Und es irgendwie, also wir sind ja nicht weit. Wir wissen ja, die Frage ist auch, ob wir, nein, keiner geht vorher raus. Also wir haben das Badezimmer sauber. Wir haben uns geduscht. Wir haben leider keine Bleiche. Das heißt, wenn jemand Verdacht hegt und dann halt, weiß nicht, Blaulicht und UV-Licht draufklatscht oder so, dann würde man alles sehen, wie schlecht wir da geschrubbt haben. Weil wir haben ja auch keine Reiniger. Das heißt, wir nehmen schön stolz die teure, exquisite Bio-Handseife aus dem Hotel und schubbern uns in diesen kleinen Würfel. Auch mal eine andere Beschwerde zum Vier-Sterne-Hotel. War da der Zimmer-Service vorher nicht drin? Das möchte ich mal an der Rezeption anmerken, wenn wir abreisen. Das war gerade fresh gemacht und es gab halt einen Tag vorher keinen Gast drin. Und deswegen haben die halt gesagt, okay, abgenommen, da muss jetzt keiner mal rein, wir haben genug zu tun. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht noch ein Fläschchen Wodka oder sowas aus der Minibar, um vielleicht noch ein bisschen damit zu reinigen. So, also wenn wir, ich weiß nicht, ob dann irgendwie so kleiner Klumpen Seife wirklich alle Blut, vor allen Dingen in den Fugen, da kannst du ja schon Verfärbung hinkriegen. Gott, ja, ja, ja. Auch wenn die große Fliesen haben und moderner sind, haben die trotzdem Fugen. Ehrlich? Egal, es schaut so voll. Nee, wenn wir gehen, sollten wir einmal komplett ins Bad scheißen und pissen, dass die das so desinfizieren müssen, dass die da das ganze Blut mit runter reinigen. Das heißt, du glaubst, du willst lieber ablenken mit Aufmerksamkeit, als dass es perfekt sein. Na, ich meine, eigentlich, eigentlich okay, dass man sagt. Ja, das kann doch auch, das kann doch auch, einer von uns hat sich geschnitten. Naja, aber eigentlich finde ich die andere Idee nicht schlecht, dass man sagt, wir haben es einmal sauber gemacht, dennoch haben wir jetzt ein paar Handtücher fehlen, die Laken fehlen, eventuell sieht die Gardine komisch aus und Duschfragen fehlt. Dass man sagt, okay, einmal machen wir es sauber und dann inszenieren wir irgendwie so ein party-reskes Gebilde. Dass wir dann sagen, Minibarfläschchen überall hin, pissen nochmal neben und sowas, dass man echt jemand sagt, scheiße und nicht auf die Idee kommt, unter dieser ganzen Party scheiße, ist ein weggewischter Mord. Wahrscheinlich. Überall irgendwelche Flaschen ausgießen, Apfelsaft, Schorle, Cola, alles was klebt. Ich trete nochmal den Klodeckel ab, sowas. Jetzt machen wir auf einmal eine Party draus. Ja, auf wir gut, dass dein abgetretener Klodeckel automatisch eine Party ist. Hat der psychische Probleme, es ist ein abgetretener Klodeckel, es ist eine Party, hallo. Okay, aber ich glaube, das ist eine ganz gute Sache, das Bett ist ein bisschen verschoben, sowas und Schauspieler, man weiß ja, so. Genau, und Minibar und alles. Und die Statue, wo unten das Blut dran ist, die hauen wir einfach in so eine Kackwurst, die auf dem Boden liegt. Ich würde die ja gar nicht irgendwie großartig in Szene setzen wollen. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir die reinigen und die halt einfach wieder ein bisschen... Wenn das so Kalkstein ist, dann zieht das in die unteren Schichten ein. Ach du Scheiße. Da ist nicht viel zu reinigen. Ja, aber wenn du die einmal kurz in die Kacke stellst, meinst du, ziehst du raus und das Ding ist dann straight braun? Okay, ist die Kalkstein, ist die Marmor? Ja, ich habe gedacht Marmor, also wo Blut abfischbar ist. Okay, Marmor, ja, dann wischen wir es ab. Sonst hätte ich gesagt, wir brechen den Sockel einfach ab. Okay, also wir haben jetzt, die Leiche ist gepackt, wir sind geduscht, das ganze Zimmer sieht nach Party aus. Wie bringen wir die Leiche aufs Dach? Es wird jetzt schon langsam dunkel, aber trotzdem ist halt Verkehr in den Gängen. Es gibt normale Aufzüge, es gibt Lastenaufzüge, wahrscheinlich die werden auch permanent genutzt, also wahrscheinlich mehr als die normalen Personenaufzüge. Da muss man schauen wahrscheinlich, wie, ja, ich würde sagen, wenn gerade Mittag, also Quatsch, Abendbrot voll im Gange ist. Die haben wahrscheinlich so Abendbrotzeiten, wann Buffet ist und wir, aber woher sollen wir das wissen, wann da die... Das kriegen wir an der Rezeption. Ja, ich würde ja sagen, einer von uns muss halt so ein bisschen immer vorgehen und gucken, ob da jetzt gerade einer auf dem Gang ist. Und der andere sitzt mit dem 120 Kilo Achim eingewiefert im Zimmer. Ja, ich meine, weit kann es ja nicht sein. Heult und kotzt. Oder? Weit kann es doch zum Aufzug nicht sein im Hotel. Ja, aber ich glaube nicht, dass der Aufzug bis Dach ist und dann geht die Dachtür auf und herzlich willkommen. Also entweder ist das so ein schöner View, aber dann werden die auf dem Dach mit Sicherheit auch eine Bar haben und alles und Leute. Oder es ist halt einfach echt nur, da stehen halt vier, weiß nicht, Handyantennen. Okay, vergiss jetzt einfach mal Dach zum höchsten offenen Fenster. Zugänglich für uns. Treppenhaus ganz oben. Es gibt doch immer ein Notfalltreppenhaus, ein Brandfall. Okay. Und dann machst du, du denkst an so ein Schiebefenster und dann auf die Sprossen von der Treppe und da den runter simmeln. Aber wir müssen auch schauen, wo das ist. Wenn das dann unten gerade bei den Parkplätzen ist, dann haben wir fünf Minuten, bis halt Vollalarm ist. Und dann wird halt überlegt, okay, von dort fiel der, aber ob der von drei oder bis von sieben fiel, das ist dann auch egal. Dann wird halt auf jeden Fall, ich würde das ja echt weiter weg haben wollen, als einfach nur den Unruf schmeißen den Kollegen. Ja gut, aber wie kommen wir denn raus aus dem Hotel mit einem Typen, den wir beide tragen müssen? Da sitzt doch immer Tag und Nacht jemand an der Rezeption in einem Vier-Sterne-Hotel. Also ein Rollstuhl wäre ganz geil. Ich frage an der Rezeption, ob sie einen Rollstuhl für unsere Party haben. Das heißt, wir müssten erstmal eine Party inszenieren ein bisschen. Irgendwie, ja, wir haben Handys dabei, wir werden jetzt keine Boomboxen irgendwo rumliegen haben. Aus Erfahrung weiß ich, dass eine Schubkarre ungefähr 50 Euro kostet. Ja, wir können auch eine Schubkarre holen, aber wie willst du eine Schubkarre an der Rezeption vorbeischieben im Vier-Sterne-Hotel und dann Minute später mit eingewickelten Leiche 120 Kilo wir jetzt rausschieben und sagen, ach nee, ich finde den Rollstuhl irgendwie besser. Keiner von uns kann den alleine ziehen oder kann man 120 Kilo ziehen. Naja, kommt auf dem Untergrund an, ne? Also wenn der Glatze, also im Badezimmer, wenn der auf Stoff eingebaut, dann kannst du ihn nicht schon ziehen. Ansonsten kann nämlich einer von uns an der Rezeption kurz die Rezeptionistin ablenken und der andere zieht die Leiche raus auf die hoffentlich leere Straße. Warum haben wir dann nicht uns einen Rollstuhl geordert, um dann zu sagen, wir gehen mit dem Rollstuhl rein? Dann können wir auch einen Hut kaufen, setzen ihm den Hut auf und schieben ihn im Rollstuhl mit einer Decke durch die Straßen. Boah, ja, aber um halt den Rollstuhl oder das, was wir zuerst reinbringen müssen, nicht zu präsentieren oder nicht zu erklären, habe ich gerade gedacht, wie es wäre, wenn wir, ich weiß nicht, ob wir da alleine losgehen oder nur einer losgeht, wahrscheinlich einer zur Sicherheit. Nee, 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 wir gehen beide zusammen los. Und wir gehen in einen Kostümladen und kaufen uns ein übergroßes Kostümpferd. Ja. Nee, 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 das ist zu schwer. Warte, sagen wir mal, einen übergroßen Kostüm Bären. Ja. Und der ist so groß, dass wir unsere Leiche, unsere eingewickelte Leiche, einen von uns an den Körper tapen können. Und der steigt mit der Leiche ins Kostüm. Dann müssen wir den nochmal auswickeln, dass die Beine breit sind und vielleicht die Arme offen sind. Dass wir den am Kopf, am Rücken so fest tapen. Und dann sagen wir, ha, 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 wir sind Schauspieler, machen schon mal für morgen alles klar. Lustiger Spot. Wir, es geht nicht darum, Reaction, Catching, bla. Und mein Kumpel filmt das mit dem Smartphone. Und wir gehen jetzt im Bärenkostüm durch Prager in die Stadt. Ist das nicht geil? Und dabei ist die Leiche hinten an, beispielsweise meinem Rücken festgetapet. Gott, ich werde ja schon sterben im Flur. Ich weiß gar nicht. Ich dachte eben, ist das nicht eine gute Idee? Erstens, was heißt Bärenkostüm auf Tschechisch? Bärkostüm. Ah, okay, gut. Zweitens. Als ob wir das nicht in der App irgendwie hinkriegen würden, dass wir gut googeln, was die heißt. Vor allem wolltest du nicht alleine mit der Leiche im Bad sein. Jetzt willst du dir ein Bärenkostüm mit der Leiche teilen, die an deinen Körper getapet ist. Du kannst sie auch gerne am Körper haben. Oh Gott, ja. Also das, meinst du, ist eine bessere Idee als ein Rollstuhl, eine Decke und einen Hut. Naja, die Sache ist, den Rollstuhl musst du beim Eingang erklären. Und das Kostüm habe ich in der Tasche und sagt nur Hallo. Grinst. Einer von uns beiden humpelt. Einmal wieder humpelt, einmal am Schichtwechsel. Wann humpelt der denn? Einmal. Ach ja, du gehst zur Rezeption, humpelst, sagst du hast einen Rollstuhl. Dann war das auf dem Schichtwechsel. Meinst du nicht, dass die fragen würden, warum? Ich humpel. Wir nehmen uns ein Bärenkostüm. Nein, nein, nein. Das ist ja nur die Sache. Du musst ja ein bisschen mehr erklären, als einfach nur ich humpel. Ich habe unheimliche Schmerzen. Ich brauche einen Rollstuhl. Ja, brauchen Sie nicht einen Arzt? Ich muss unbedingt noch in den nächsten behindertengerechten Stripclub gefahren werden. Meinst du nicht, dass die erstmal sagen, wir holen einen Arzt für sie? Das ist vier Sterne. Ja, dann gehen wir in den Hülle und holen uns einen, wieso Bär? Also wenn, dann würde ich jetzt tatsächlich sagen, eher Pferdekostüm. Ja, aber da ist, wie, wo soll der rein? Soll der im hinteren Teil, also soll das Pferd hinten gelähmt sein oder was? Weil der Hinterlauf so hinter sich nachzieht. Und vorne bist du drin und ziehst, also da würde es auch aufreißen. Gibt es kein Kostüm für drei? Ein Pferd mit sechs Beinen. Ein kurzer Tausendfüße. So. Ja, aber hast du nicht Schiss, dass das Ding auf... Also was soll das denn? Irgendwie so ein... Wir können einen von diesen japanischen Drachen nehmen. Ja, das meine ich, sowas, ja. Das heißt, du hättest den Kopf, den Schwanz und wir hätten den so eingewickelt, dass wir den die ganze Zeit so schleppen. Ja. Das heißt, wir müssen ja immer noch Beine spreizen oder sowas, weil das Ding hängt ja, der Typ hängt ja durch. Oder wir müssen uns noch so einen Gurt wie so Klavierträger, wie so Möbelpacker holen, dass wir nicht irgendjemand so so einen Lendenbruch holen. Wir können auch einfach zwei lange Gardinenstangen nehmen und legen ihn oben drauf, wie aus so einer Krankentrage. Ah, ja. Vielleicht, vielleicht verkleiden wir uns dann einfach nur wie so... Mit einem 120 Kilo schweren Typen kommen wir ungefähr 20 Meter weit. Vielleicht können wir das doch irgendwie schmücken und dann haben wir so ein Kostüm wie so einen alten Ägypter und sagen, wir spielen hier gerade so eine Opferszene nach und der wird jetzt verbrannt und das... Nee, das ist auch schwierig. Also ich glaube, solche Hotels haben auch Rollstühle für ältere Gäste, falls die gerade mal so einen Verfettungsherzattack kriegen, wenn die halt am Buffet stehen und zum vierten Mal sich halt die Schnitzel satt rauflegen. Vielleicht, ja, wir können sagen, von wegen meinem Kollegen geht es nicht gut, wir haben schon einen Arzt oder Fahrer geordert, könntet ihr uns einen Rollstuhl geben, dann können wir den leichter zur Tür und sowas. Und die Sache ist, dann darf man nur noch alleine auftauchen, weil der Kollege, dem geht es ja nicht gut. Ja. Und der ist dann halt... Die merken sich doch nicht, wer da mit wem im Hotel ist. Ich meine, aber auf jeden Fall wird es schwierig, wenn aus einem Zwei-Personen-Zimmer einer sagt, ihm geht es nicht gut und dann drei kommen raus. Ja, wem denn? Dem Toten da oder der, der so tut, als ob er humpelt neben seinem Rollstuhl im Bärenkostüm? Als Kostüm braucht er ja gar nicht mehr. Aber wir können es ruhig nehmen. Ich habe gerade gedacht, wie gut wäre das, wenn wir noch so einen Uber-Driver hätten oder so. Dass wir halt vorne gleich abgeholt werden und nicht mit dieser schlecht inszenierten Leiche da halt irgendwie durch Prag schieben müssen, sondern gleich auf dem Parkplatz, irgendwo rein. Natürlich tun wir so wie, aber so hinten... Scheiße, ey. Okay. Wie wäre es, wenn wir... Wir kaufen einfach irgendwas mit einem riesigen Karton. Wie wäre es mit einem Sarg? Im Karton. Zum Beispiel. Und dann legen wir den Sarg bei uns aufs Zimmer und legen die Leiche in den Karton, um ihn wieder rauszutragen. Und dann sagen wir in der Rezeption einfach, nee, der Sarg hat uns doch nicht gefallen. Die Frage ist, warum der Sarg so monster schwer ist. Ich würde mal sagen... Ja, ging es zu einem klassischen Sarg, der leichter ist als 120 Kilo. Na, aber warum nehmen wir dann nicht den Sarg? Ja, ey, jetzt kaufen wir uns wirklich einen Sarg. Ah, nee, das ist... Ah, dann denken die, dass jemand gestorben ist. Blöd. Das ist doof. Ich hatte ja auch was gesagt, wie so ein Ikea-Sofa. Aber hier so ein Karton aus Pappe. Ja. Wie willst du denn da 120 Kilo? Wie willst du denn überhaupt greifen? Hoffst du halt einfach, dass die Mitte besonders verstärkt ist? Es wird doch ein Ikea geben in Prag, oder? Ja, irgendwie. Und da gibt es Kartons für 120 Kilo? Ja, aber wenn da ein Sofa drin ist, das wiegt auch 120 Kilo. Ja, aber das Sofa ist doch an sich stabil und nicht in der Mitte. Das hängt doch nicht durch. Legen wir halt ein paar von den Presssparenplatten vom Sofa. Damit legen wir den Karton aus. Es wird dann immer schwerer, der Typ. Das heißt, wir haben dann, keine Ahnung, 150 Kilo Paket. Das gewichtstechnisch nicht so geil verteilt ist. Und wir hoffen, dass die Bretter nicht knacken. Und wir schleppen dann... Und wir wissen immer noch nicht, wohin. Ja, und wir haben es doch nicht mal rausgeschafft. Ich würde eins mal machen. Ich würde sagen, wir beide haben das Ding jetzt komplett eingewickelt. Ja. Das Badezimmer ist alles sauber. Wir sind sauber. Wir gehen mal raus, einmal ums Hotel herum, sofern man rumgehen kann. Ja. Sofern uns freistehen... Vielleicht haben wir ja Glück. Und wir sehen, eine Seite ist halt tatsächlich, wie im Film, große, offene Müllcontainer. So was. Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen einfach, dass meine Fantasie da einen Schlussstrich ziehen will. Aber ich habe das Gefühl, wir kommen nicht an diese Rezeption da vorbei. Also ohne eine Frage... Beziehungsweise denke ich... Wenn einer den alleine über... Also wenn der Boden jetzt auch mit Marmor ausgelegt ist und einer alleine den ziehen kann, reicht es ja, wenn der andere ein Ablenkungsmanöver... Naja, ich glaube, wenn du den schön fest eingeschnürt hast, Stoff auf Stoff, dann kannst du den schon ziehen. Dann reicht es ja, wenn ich in die Ecke pinkele in der Lobby. Was meinst du besser? Den Körper auf dem Boden und an den Füßen ziehen? Ja, ne? Ich glaube, das ist ihm ziemlich egal. Nein, nein, nein. Für uns leichter. Weil das Gewicht ist halt... An den Füßen ziehen, ja. Ja. Und dann so eine schöne Kordel, dass du halt hinter dir... Ja. Weil... Ja, wo willst du denn hinziehen jetzt nochmal? Zum offenen Fenster im Sitten oder was? Ich habe auch gedacht, das ist ein Vier-Sterne-Hotel. Das hat auch einen gewissen Sicherheitsstandard. Also irgendwo gibt es auch Kameras. Ja, das wollte ich auch. Wenn die Kameras haben, dann haben wir eh ein Problem. Und die wissen auch, wenn Fenster ungewollt offen sind. Wegen Gefahr von betrunkenen Gästen darfst du halt ja keine Fenster haben, wo du ab Hüfte einfach mal rausgucken kannst. Sondern du kannst eventuell Luft reinlassen, weil Oberlicht auf ist oder so. Da brauchen wir doch die Steakmesse. Wie ist es denn, wenn wir aufs Dach kommen, weil die da so eine kleine Sunrise-Bar haben? Mhm. Und wir schauen und die Bar ist bis 23 Uhr geöffnet. Ja. Und dann ist zu, aber dann ist halt... Dann verirren sich noch die ein oder anderen Leute, die nochmal besoffen eine Rauchung oder sonst was. Auf jeden Fall kommt man rauf. Bis 0 Uhr. Und dann macht der Sicherheitsdienst Schluss. Das heißt, wir haben so eine Lücke, also macht dann Sicherheitsdienst einmal einen Gang und sagt dann, hier ist keiner mehr, Dach darf keiner mehr rauf. Wie ist denn, wenn wir diese Lücke zwischen elf und zwölf irgendwie nutzen? Dass wir vorher erstmal hochgehen und checken, wo geht es denn da runter? Also was ist denn da unten? Und ist auch die Frage, wie hoch ist das Hotel? Also ist das halt so hoch wie hier dein Haus? Was sind das? Ich weiß nicht, 20 Meter oder was? Oder 15? Oder ist das halt irgendwie 50 Meter oder so? Die Sache ist natürlich, je höher, desto mehr Platsch. Also obwohl wir ihn schön ordentlich eingepackt haben, ist er wahrscheinlich mehr so... So. Und dann gäbe es nochmal nach Super. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal so... Also ich muss, ich glaube jetzt auch mal aus gerichtsmedizinischer Perspektive, nach der Zeit, die wir hier vertändelt haben, kann man auch feststellen, dass der Sturz ihn nicht umgebracht hat. Aber das ist dann nicht mehr unser Problem. Ja. Ja. Beziehungsweise würde man wahrscheinlich auch erkennen, dass er sich vorher nicht komplett eingewickelt hat. Ja, die würden wir verbrennen in der Mülltonne. Echt? Wieso willst du das denn machen? Wo willst du dir auf dem Dach denn noch ein Feuer legen? Willst du nicht auf dem Dach in der Mülltonne, in der großen vom Hotel? Wir wickeln den auf den... Also wir haben diese Spanne zwischen 11 und 12. Da sind die letzten Pimmeln irgendwie, weiß nicht, um 12 so raus. Und wir... Und dann muss echt einer sagen, okay, jetzt ist frei. Dann, ah, dieses Schleppen. Also wenn wir den echt schleppen, vorne und hinten. Im Aufzug müssen wir den irgendwie hinstellen. Dass es irgendwie wie nach Teppich oder irgendwas aussieht. Dass man schnell sagen kann, haha, weiß nicht was. Okay, wir haben den irgendwie in den Aufzug gekriegt. Der steht im Aufzug. Wir fahren halt hoch. Oben auf dem Dach ist keiner. Wir wissen aber nicht, ob das jetzt eine halbe Stunde so ist oder nur 10 Minuten. Und dann würde ich nicht anfangen, den auszuwickeln. Ja, dann schmeißen wir ihn mit allem vom Dach. Es gibt, ich würde sagen, zu einer Seite hin gibt es so eine vierspurige Hauptstraße. Zwei Spuren hin, zwei zurück. Dann gibt es halt einmal so einen Hinterhof, der Lieferanten und Müll ist. Und dann gibt es eine Parkplatzseite. Und dann haben wir noch eine Seite. Ich weiß nicht, ob die grün ist oder ob die direkt an das nächste Haus grenzt. Die können wir uns jetzt ausdenken. Ich weiß nicht, ob es... Ich hätte ja echt vermutet, wenn es eine Schnellstraße ist, vielleicht sogar irgendwie ein bisschen höher gelegen oder sowas. Dann gibt es ja manchmal so Grünfurchen dazwischen. Dass es da am sichersten ist, den da hinzuschmeißen. Weil da geht keiner hin. Da muss vielleicht einmal im Dreivierteljahr der Gärtner das kürzen oder sowas. Aber Parkplätze immer. Ja, könnten wir ihn nicht auch dann da irgendwo, wenn es tatsächlich ein Garten ist, eingraben? Also runter, da musst du doch auch wieder raus. Du hast ja nicht einen separaten Gartenrutsche vom Zimmer. Wenn die sowas wie einen Dachgarten haben. Das braucht ja nicht viel Platz. Ach so, auf dem Dach? Ja. Ah. Weißt du, die brauchen ja nur so eine Palme da oder so. Da ist ja genug Erdvolumen da, dass wir das ausheben und ihn da reinquetschen können. Ja, oder diese Granulatkörnchen. Und die haben so eine große, lebende, stylische Palme. Und wir haben halt diese... Ja, das ist vielleicht ganz geil. Dass sie vielleicht so eine Terrakottakörnchen da haben. Und wir schaufeln wie die Affen mit den Händen so raus wie Hunde. Die Scheiße ist, wir sollten die auch wieder reinkriegen. Das heißt, wenn wir die richtig wegschleudern, ist oben erstmal alles voll dieser Krümel. Ja. Und die wissen, okay, warum sie die so ein bisschen... Also auch bei Erde wird es halt... Also ich glaube, Erde wäre schwieriger als die Körnchen. Ja, sagen wir, es sind diese Körnchen. Und wir können das umschichten. Ja. Also wir schieben es da erstmal auf die eine Seite. Ja. Und dann schütten wir es wieder zu und alles, was übrig ist... Ja, ich hätte gesagt zum Beispiel, wir holen sowas einfach wie eine Tischdecke oder irgendwie was. Ja, genau. Das holen wir. Ja. Und dann muss einer die so halten, dass er quasi, sagen wir mal, an dem Korb... So eine Schürze. Genau, dass er irgendwie so aufhält. Also nicht am Körper, weil es ist, glaube ich, zu viel. Und der andere schaufelt das halt immer in diese Ecke. Und da die ja sich auch so verlagern, glaube ich, müssen wir jetzt nicht komplett einmal aushüllen, weil das fällt ja alles nach. So es muss eine gewisse Tiefe haben. Genau. Und dann können wir ihn schon mal reinlegen und unter ihn einfach graben, dass er so beim Graben so ein bisschen sinkt. Ja. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das heißt, der wird auf jeden Fall irgendwann gefunden, weil es wahrscheinlich mördermäßig stinkt. Also weil es ja nicht komplett abschließt. Ja, aber erstmal, glaube ich, ein paar Tage hält es so. Ja, weil wir haben ja in Plastik und an den Stoff... Wir haben ja in Frischhaltefolie gewickelt. Okay. Dann schaufeln wir die ganze Scheiße wieder zu. Ja. Dann kommt der Security. Der kommt so gerade vielleicht... Sieht der uns noch an dem Korb? Mhm. Sieht der uns da schaufeln? Nee, würde ich sagen nicht. Aber dann, wenn er uns nicht schaufeln sieht, dann würden wir auch nicht mehr an dem Korb. Also wir wollen ja gar nichts damit in Verbindung. Das Einzige, was wir vielleicht machen, weil wir das Zimmer... Ey, das ist vielleicht ganz gut, weil das Zimmer haben wir verwüstet in Party. Wenn der hochkommt, springt einer von uns hinter die Bar und greift eine Flasche. Ja. Und der andere versucht, gespielt getrunken, den zu beruhigen. Ja. Und der sagt, ey, bla 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 und so. Und dass wir sofort sagen, ey, die Spinner hier wollten Alkohol klauen. Und dann passt auch das zur Geschichte, wenn wir auspacken... Bringt er uns aufs Zimmer und das ganze Zimmer ist verwüstet wie von zwei absoluten Suffköpfen. Genau. Ja. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall ein bisschen nach Alkohol stinken. Also wir schwitzen E. Ja, eben. Wir würden halt wahrscheinlich echt nach Angst stinken. Ja, jeder nimmt dann einen Schluck aus der Bacardi-Flasche. Den Rest kippen wir da in den Ausguss und dann haben wir ein paar leere Flaschen da rum. Ja. Ja. Und dann am nächsten Tag frisch drehen wir unseren Spot. Da ist die Sache, aber da ist die Sache, würde der uns nicht mehr verweisen zurück aufs Zimmer? Oder meinst du, der bringt uns aufs Zimmer und sieht das Zimmer? Ja, bringt uns aufs Zimmer und sieht das Zimmer. Aber dann würden wir doch nicht mehr im Zimmer bleiben, wenn das komplett chaotisch ist, oder? Ach ja, dann verbringen wir halt eine Nacht vor dem Hotel und bleiben wach. Ich meine, meinst du, die würden uns dann rausschmeißen? Ja, ziemlich sicher. Okay. Das heißt, wir sind rausgeschmissen. Ja. Die Produktion ist informiert. Ich weiß nicht. Und die sagt, ihr Assi-Schweine, bla bla bla. Und wir sagen, ach, ihr habt gesagt, macht euch einen schönen Abend. Wir haben verstanden, besauft euch und macht Rock'n'Roll. Genau. Und scheißt ins Badezimmer und stellt da eine Statue rein. Ja. 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 Meinst du, wir drehen dann noch den Spot oder ist das Vertragsbruch? Hat ja nichts mit Vertragsbruch zu tun, oder? Würde ich auch sagen, ja. Also wir sind ja noch verpflichtet und werden, ich würde mal sagen, ordentlich einen Joghurt anwerben. Ja. Ja. Und die sagen dann wahrscheinlich, Jungs, eure Gage ist dafür draufgegangen, euer Hotelzimmer sauber zu machen. Außerdem werdet ihr nie wieder für irgendwas gebucht. Ja, aber wir werden nicht in Prag wegen Mordes angezeigt. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Und dann sagen die, was habt ihr gerade gesagt? Und ich werde heulen und kotzen. Ja. Und du schlägst mich ins Gesicht. End of scene. Ja. Fall gelöst, würde ich sagen. Wie steht die Zeit? Fast bei einer Stunde. Also eigentlich, ich fände das ganz, ganz gut. Ja. Wenn wir mal eine Leiche beseitigen müssen. In Prag, im Hotel. Okay. Neue Idee für so irre, so ein ewiges Terrarium mit einer Leiche drin und irgendwelchen Insekten die Leiche zersetzen. Naja, im Endeffekt ist es ja das, wenn du da Kleinstlebewesen drin hast, die dann irgendwann verenden und dann andere Lebewesen irgendwie das wieder zersetzen oder so. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Ja, wie gesagt, ich bin auch gespannt auf dem Laufenden, wie das aussieht. Also ich glaube halt, wie gesagt, die Bäume brauchen noch ein bisschen zum Anwurzeln. Die brauchen keine Feuchtigkeit und keinen Sauerstoff. Nein, nein, aber nur ein bisschen Zeit. Und dann kannst du es auch ans Fenster stellen. Ich glaube nämlich, erst mal ist es besser weg vom Fenster. Aber wie gesagt, ich habe keinen Sonnenschein. Also siehst du ja, wenn die ein bisschen die Blätter hängen lassen. Und dann nehme ich es einfach nur weg oder soll ich es dann öffnen und gießen? Wegnehmen. Also gießen glaube ich keinesfalls mehr. Also wenn, würde ich fast sagen. Ja, aufmachen, damit es verdunsten kann. Eher zu feucht, ja. Okay. Ja, also gesagt, Versuch musst du jetzt im Auge behalten. Aber eigentlich sollte es jetzt. Ich meine, es stand jetzt hier die ganze Zeit am Regal. Gesagt heute Morgen am Fenster und das Sonnenlicht hat es so ein bisschen hoch. Ich glaube, ich glaube, also ich meine, die sind derzeit noch nicht tief genug verwurzelt, dass sie auch die Hitze, weil ich meine, das ist halt, die stehen im Gewächshaus gerade. Ja. Dass sie die Hitze vertragen können. Also die Chili und die Kiwi, ja, die Granatäpfel haben halt schon relativ viel Blattfläche. Deswegen, also halt dafür ein Auge drauf, aber eigentlich sollte das alles so mit dem Moos auch funktionieren. Das Gute ist ja, dass eigentlich alle Pflanzen da drin diese tropische Hitze abkönnen. Ja, genau. Moos weiß ich jetzt nicht, aber der Rest, ja. Ich glaube, dem Moos ist das relativ egal. Aber, also ich meine, ich kenne es halt nur von diesen ewigen Terrarien, dass alle immer Moos reinpacken. Deswegen dachte ich, hm. Hat er Detlef. Ich habe aber auch gesehen, dass ganz viele immer so ein bisschen Rinde reinpacken, weil das sich dann irgendwann zersetzt oder so. Aha. Ja, und da meist halt auch ganz viel Krabbelvieh drin ist, aber, ja. Ah ja, gut, ich meine, da kannst du ja notfalls noch irgendwas rausbrechen aus dem Innenhof und reinpacken. Also so viel Feuchtigkeit geht ja nicht flöten, wenn du es mal kurz aufmachst. Ja. Ja, ich bin echt gespannt. Und Detlef hat auch so ein Ding in groß oder was? Oder genau so? Der hat mehrere. Also vor allem nicht. Also die funktionieren alle oder gibt es da? Also eigentlich bei ihm, so wie er meinte, hat das alles funktioniert. Nee, der hat auch so einen Granatapfelzweig darin wurzeln lassen. Also der schneidet ja öfter mal so ein Steckling und da hat er einen da reingesteckt und der hat dann da Wurzeln geschlagen. Okay. In dem Glas. Ich habe gerade unheimlich viele Kartoffeln, die keimen. Meinst du eine kleine Kartoffel da noch rein oder zieht die weg? Kannst du machen. Also ich weiß ja nicht, weil manche Pflanzen sind ja stärker als andere und ziehen dann Energie und die anderen dann... Ich weiß nicht, also bei mir haben die Kartoffeln halt immer ziemlich viel Wurzelwerk ausgebildet. Also ich weiß nicht. Ja, habe ich nicht auch gedacht. Das wäre so, das ganze Ding wäre für eine Kartoffel wahrscheinlich ausreichend. Ja. Ja. Wenn wir mal im Auge behalten. Gut, dann in diesem Sinne, das war für Nüsse mit Dirk und Klaus. Ja, und ihr könnt uns schreiben, nämlich unter anderem bei für Nüsse mit Dirk und Klaus at gmail.com. Oder at für NüssePod auf Twitter. Oder hören und dann darunter kommentieren für Nüsse mit Dirk und Klaus auf YouTube. Oder für Nüsse auf all euren Podcast-Apps. Spannend. Bis dann, bleibt am Leben. Sonst wisst ihr, was euch droht.